Weil da weiß ich dich nicht. Siehst du mich Alex? Ja. Echt? Der ist bei dir online? Den gleichen Blood Warrior. Final Fartasi. Er spielt Final Fartasi. Erst ich finde Blood Warrior nicht. Also ich bin da bei einem Blood Warrior, den ich folge. Und der Stich Warrior 20. Und der Stich Warrior 20. Ja. Willst du mir Hinshot schreiben? Ah, jetzt hab ich dich. Was machst du denn? Was machst du denn? Was spielt der Final Fartasi? Aber was macht dein Charakter da? Ah, ich bin ein Tod, ich kann über die Bessischen auch zuschauen. Was macht dein Charakter da? Die Stimme. Ja. Boah, das ist ja sexuell aus, was er doch macht. Boah! Boah... Boah! 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 Fahrtarsi. 14. Oh, du bist egal. Was denn, Norbert? Das ist jetzt deine Anfangsklasse, die du wählst, aber die kannst du später ändern. Schau, warte. Du hast die Stammwelt falsch angegeben. Du hast deine falsche Stammwelt gegeben. Geh zurück. Ja, oben zurück. Ja, geh auf die Stammwelt, Stammwelt, Stammwelt. Unten unter seinem Gladiator, unter seiner Klasse. Und da Stammwelt. Weil du bist, du bist einfach durchgefitscht. Du hast doch gesagt Glück. Ja, und dann geh runter. Nein, ich hab gesagt auf Light. Okay, du kannst auf Shiva keine Charaktere dazu stellen. Dann geh auf Odin. Ich gebe einfach an. Ich bin ein Lalafell. Ein Lalafell? Ja, das ist, ähm... Oko... Okoro... Okoriki. Er geht mir so am Sack, Alter. Aber er hat's eh falsch geschrieben. Wie er feiert, dass er's eh falsch geschrieben hat. Fartasen. 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 Auf dieser Welt herrscht momentan hoher Andrang. Bitte lass dieses Fenster geöffnet und habe etwas Geduld. Fartasen. 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 O, korrigi, Josef. Bildschirm warst du schon nicht gesehen. Ja. Da muss ich auch irgendwann mal aussortieren oder viel zu viele Spiele. Bewo? Kriegen wir eigentlich noch Geld, wenn wir die Spiele verkaufen? Nein. Also ich hoffe, dass es beim zehnten Turnier dann spätestens passiert. Weil ich hab bei Sortenten vier, acht, zehn, zwölf ein selbes Spiel. Da hab ich mir eh einen von dir überlegt, nur weiß ich nicht ob der Stamm spielt oder nicht. Wer? Ah, der Name fehlt mir jetzt im Moment nicht ein. Da kann es jetzt nicht sein. Dürmer. Welcher? Ja, erzähl mir ein paar auf. Gallagher, Ings, Felix, Edomomni aus dem... Ings? Nein, Ings ins Bank. Zürich hinhören hat er gesagt. Fühle es. Fühle es. Na dann knie dich nie in der Puppe, Alter. Ah, schaut's komisch aus. Was sollt komisch aus? Spiel. Weiter. Hör hin. Fühle es. Fühle es. Hör hin. Fühle es. Denk nach. Fühl zu Hause wieder halb. Hör eigentlich doppelt. Boppel, doppel, doppel. Doppel. Das, was du jetzt gesehen hast, ist deine Klassenausrüstung, die du später dann hast. Warum zeigen sie mir das jetzt, wenn ich es jetzt später habe? Was war das für eine Lache, Alter. Das geil ist, ich kann mich selbst allzemehren. Ich kann mir selbst allzemehren. Alter, Flo ist eine Legende. Ich kann mich jetzt bei meinem eigenen String nicht anwenden. Ich kann mich nicht anwenden. Warum? Ich kann mich nicht anwenden. 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 Ich habe jetzt erst zugeschaltet. Ich sehe das nicht nur ausgeschrieben, ich kann mich schieben. Oh, weil das schon komisch aus. Was? Vorgeschrieben, was ist Fahrtassi? Was ist ernsthaft? Achso. Aber Norbert hat fünf Zuschauer, da bist du einfach das Trimklapper. Ich frage mich, weil die fünf sind, also vier sind aber wir. Ja, und der andere schaut noch. Ja, Alter, fight, 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 Alter, ich will auch eingreifen, Alter, kommt. Und, was ist aber Lega, ja, auf die Lega ist die nie. Lega ist die nicht. Lega ist die Lega. Lega-Techniker. Ich schau mich, dass du so schlimm hast. Lega ist die Lega. Lega ist die Lega. Alter, darf ich da irgendwann einmal auch was machen? Dann überspringt doch alles, Alter. Drück Reis und überspringt alles. Das ist der lustigste Stream überhaupt. Ich habe viel zu viel eigen gekauft, wenn ich mir da aufbelehen. Wie? Ich habe doppelt gekauft, schweiß ich. Das ist schon kompensiert, wahrscheinlich. Was hast du doppelt gekauft? Nicht ein Fortspieler. Alter. Kein Schwert, oder nichts? Doch, hast du drück mal wieder L1, halt L1 gedrückt? Halt R1 gedrückt? Okay, ich meinte R1, Entschuldigung. Gedrückt halten. Gedrückt halten. Oh, der ist L1. Nicht den Stick. Oder jetzt drückst du 1? L1. Du bist ein Tasten-Legas-Täniker. Halt L1 gedrückt? Hä? Oder R1, drück mal 1. Jetzt hat das eingeschleppt, der R1. Drück mal 1. Keiner drückt mehr, drückt mehr. Das ist R1. Du drückst dir gerade nicht den Stick, wahrscheinlich. Nein, das ist R1. Wie wechselst du diese Tasten? Welche Tasten? Na, oder? Wie wechselst du diese Fenster, dass einmal das Fenster und das Fenster offen ist? Mit R1. Ja, ich sag' doch, drück R1. Ja, sei ja, ja. R1. Und? Aber wenn du R1 gedrückt hältst, kannst du alle auswählen. Ja, siehst du? Jetzt drückst du Kreis, dann hast du Fenster 2. R1 gedrückt und dann Kreis. Okay, Norbert beendet das Spiel, ich glaub' das ist für dich. Na, wo tue ich mein Schwertraum, zum Beispiel? Noch gar nicht, du musst ja den Gegner ein bisschen. Aber es gibt ja keine Gegner gerade. Alter, das lässt er mich nicht mal gehen selber. Alter, weg mit dem Scheißfenster. Ja, dann drück doch nach, dass er hier steht, bitte. Ja, wer bist denn du? Ja, hallo! Tutumoko. Erst Flo, das ist so anstrengend. Du musst dir mal vorstellen, Norbert ist gerade wie eine Oma, die das erste Mal in deinem Leben ein Handy in der Hand hält. Ja, bist du aber, wenn ich da wenigstens einen Importer in der Hand hätt. Drück, dein Touchpad am Handy. Ah, am... Dein Touchpad drück. Ja? Du hast wieder weg, dieses Grundlagenspielsteuerung. Du hast jetzt zwei linke Hände. Ja, jetzt kommt wieder was. Und jetzt zurück, Touchpad? Kommt von alleine. Du hast hier hinten eine Questmontierung. Geh doch, zieh einen Trick mit dem. Alter, ich will nicht, ich will ja mal da durchgehen. Schreib doch. Kannst du nicht. Na, Alter, was ist das? Ich hab mir gedacht, so offene Welt, Alter. Ist es eh. Aber du musst ein bisschen Geduld haben mit dem Spiel. Du kannst nicht gleich jetzt alles machen, was ich mach. Hätt ja schon da krass aus. Alter. Jo. Weißt du was, den stell dir jetzt, Norbert. Ich komm, das ist besser. Und wie red ich mit dem? X. Ja, du stellst dich direkt in ihn rein. Geh mal ein bisschen weg. Ja. X. Ja. Das glaube ich, Mittelalter spielt uns jetzt Sonnenbrillen auf. Das ist der John Lennon, oder? Das ist der John Lennon lebt. Ich frage mich, gibt es eigentlich eine Gefahrenzulager, wenn ich in Neuwelt zuschaue? Geschenke. Heißt, Alex, gibt es ja die Gefahrenzulager, weißt du das? Mhm. Komm schon. Geh zurück, Garanti. Heißt, Flo, wer ist ja? Wer ist Effer? Beste Gameplay, Effer. Er wird dich gleich wieder zurückschicken. Aber mit der Werne muss ich doch, oder? Ja, aber die Werne ist oben. Wird das irgendwo angezeigt, wo was ist? Ja, in der Mini-Web oben. Treibsand. Ja, hallo! Hier bist du, ich süsse. Ach so, ein Reptilaler-Fans. Ja, hallo! Schön, dass wir so ein Playmobil-Maxl, Alter. Aber mit drei kannst du hüpfen. Boah, ich kann auch mal was tun, Alter. Ups. Scheiße. Ich bin der Josef. Ich bin der Josef. Josef ist dein Nachname, das heißt Herr Josef. Ich sehe es, Peppi. Ah ja, Alex, habe ich dir ehrlich davon erzählt, dass ich mir mal überlegt habe, ein FIFA-Let's-Play. Mit einem polnischen und einem österreichischen Stürmer. Bei der Kurve? Kurve und Schnee-Brunza. Ach so. Okay. Hallo, Okureki. Ihr Kimmel, ist er sinnzwert. Er tut dir nix, außer dass er sich nicht auskennt. Wirklich, Alter, das ist deine eigene Community, die mobbt ich. Das ist die Einstimmung auf dem Teamkollegen, dann in Ferrari. Herr Flo, kann ich zu Red Bull zurückkommen? Hm. Ich werde es ihm fehlen. Hey, 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 hey. No, das ist kein Porno, drück weiter. Aber da sieht man, da sieht man echt diesen Manga-Stil, weil das war bei... Ach Gott, wie hat das Spiel geheißen, was ich durchzogen habe, wo du gesagt hast, oh mein Gott, wie konnte ich das durchziehen, Alex? Flo, ich hätte kein Angebot. Nie Automata. Ja, genau. Du brauchst jetzt nicht husten, Alex. Du kannst alles überspringen, Norbert, überspring dich alles, damit du dich nachher noch wenig auskennst. Fast. Ja, mein erster Auftrag. Wie süß das bei dir aussieht. Bei mir steht das schon ganz alles anders, also ich habe alles schon umgestellt, Interface und so. Also, mein erster Auftrag, mein erster Auftrag, mein erster Auftrag. Ich sehe schon. Und jetzt kann ich fighten gehen. Was ist so? Norbert wird gekriegt aus den Instanzen, weil er sich seines Skills nicht durchliest und einfach irgendwas drückt. Jetzt habe ich aber keine Ziele. Ja, du musst wieder mit ihr reden, du stehst vor ihr und hast mit ihr nicht geredet. Aber ich habe doch gerade mit ihr geredet. Ja, aber du musst auch mal mit ihr reden, sie hat ein Zeichen hier über den Kopf. Na, Alter, warum hat sie nicht gleich mit mir weiter geredet? Schlampe. Wirklich. Alter, red gleich weiter mit mir, Alter, wenn du was willst von mir. Alter, was ist das? Ich bin so weit entfernt. Alter. Du hast dich nicht anvisiert. Alter, ich stehe vor ihr. Drück Kreis. Und dann drück X. Alter. Nein, Alter. Ich stehe genau vor ihr und das... Nein, Alter. Du hast dich nicht anvisiert. Nein, ich stehe... Ich bin gerade vor ihr gestanden, Alter. Oder was soll ich da anvisieren? Kann man den irgendwie schlagen oder sowas? Jetzt blöde das und du bist berühmt. Wirklich, das könntest du auf YouTube hochladen. Ich glaube, das ist perfekt. Comedy pur. Das überlege ich mir eh. Hatsch. Heißt, ich glaube, Flo ist so treuig, dass er nicht Erster ist bei den Kommentaren, bei Alex, dass er es einfach bei Norbert kommentiert, um dort Erster zu werden. Ich habe aber nichts eingestellt. Das kann man ändern. Alter, wenn ich schon sehe, was du jetzt alles machen musst, ich glaube, ich drehe ab. Das ist besser. Du wirst jetzt nämlich noch eine halbe Stunde nicht kämpfen mit deiner Geschwindigkeit. So, jetzt gehe ich mal. Norbert ist meine Ton. Erst du hast Norbert falsch geschrieben, Flo. Alter, wieso geht der alleine jetzt? Ja, weil du L1 gedrückt hast wahrscheinlich bei der Bewegung. Krass, der geht alleine. Okay. Du willst doch nichts haben, sagt, Alter. Den muss ich jetzt anreden. Ich gehe doch dort hin, wo die Markierung ist. Nein, die Markierung sitzt auf deiner Mini-Karte. Norbert, bitte. Norbert. Was ist bitte? Da ist eine Markierung. Doch, auf deiner Mini-Karte, Alter. Hey, da ist einer tot. Da ist einer tot und ich darf nicht kämpfen, Alter. Norbert, du hast rechts oben, auf deiner Mini-Karte, hast du ein Zeichen. Das ist ein Missions-Quest-Zeichen. Bist du blind? Was für ein Zeichen ist das? Das, in diese Richtung, genau das, dieses Zeichen ist das. Siehst du das nicht, wo du gerade hinläufst? Jeder hüpft ein Schwein. Kann ich auch? Erst Norbert, manchmal frage ich mich wirklich, wieso ich in die Schule gekommen bin. Du bist ein Schwein gehabt. Ja, wortwörtlich. Ups, jetzt bin ich vorbei. Nein, du bist schon richtig, du gehst jetzt nach rechts. Aber was ist das dann? Eine andere Quest, jetzt mach bitte mal nur die Hauptquest. Du bist jetzt schon überfordert mit dem Spiel. Da? Oha. Rechts. Nein. Wirklich, Alter. Aber was für ein Zeichen ist das? Alter! Sag mal, Alex, siehst du dieses Zeichen? Dieses Rufzeichen? Siehst du bitte rechts? Du hast diesen komischen Kreis, der so komisch verworren ist. Wohin läufst du, Norbert? Ist das circa rechts? Nein, unter seinem Nordenzeichen. Ach so, das! Er läuft so seit 10 Minuten dorthin und er checkt seit 10 Minuten nicht, dass ich dorthin laufen muss. Nee, jetzt sagst du völlig falsch. Ja, Norbert, aber dann wie kommst du zurecht, weißt du, wo der Supermarkt ist? Falsch, oder? Dass jemand einkauft. Nach Norden, los ich. Ja, wo ist oben? Ja, es steht oben, das Symbol. Ja, das ist das, was so wie ein Ziegel ausschaut. Ja, das, was immer mitgeht mit der Karte. Das ist das einzige Symbol, was sich mitbewegt. Das kann ich ja dann nie erreichen, wenn es sich mitbewegt, Alter. Alter! Es bewegt sich mit, dass Leute wie du es finden. Er läuft schon wieder vorbei. Alter! Was machst du? Boah! Bist du,était delic secondly! Rebaudi! Hey Leute! Das ist zu viel! Zu viel! Abstand bitte, Abstand! Varona Sicherheitsauspann? Alles echte Menschen, also echte Spieler, die sich applaudieren. echt du musst diesen ätheriten jetzt berühren bist du aber doch du hast einen meilenstein geschafft in diesem spiel kein tatsch dies ich mach aber nicht mehr lange ich mach es nicht mehr lange das spiel ist cool aber wenn halt jemand so mit einer einstellung reingeht und sich damit überhaupt nicht befasst ist klar dass es nicht cool ist so jetzt habe ich keine quester anzeige doch drück mal vier und jetzt schau mal auf der karte ich glaube auch kann ich die karte bewegen ja ja wenn du wenn du hier bleibst und vier drückst und dann mit dem linken stick kannst du die karte bewegen oder mit dem rechten was tschuldigung dann ist mit rechten sorry mein fehler weißt du ich spiele das spiel ja nicht am pc jetzt deswegen tue ich meine schweger genau das heißt die drei quests habe ich nein es ist nur ein eingang es ist immer der gleiche eingang es ist das gleiche gebiet du kannst du durch all diesen eingängen kannst du rüber das heißt du gehst jetzt dort hin wo dieses zeichen ist dieses komische teilkreuzgang und dort gehst du dann rein ok irgendwo bei diesem teilkreuzgang genau ist egal weil das führt alles zum gleichen das ist eine große stadt sozusagen du kannst die karte offen lassen damit doppelt weg machen genau was willst du machen arbeit also willst du offen lassen oder was das trifft nicht damit zu tun man geht hier auf dem rechten investment 1 Nein, sorry, mein Fehler. Warte, du bist jetzt dran wahrscheinlich. Nein, nein, noch weiter links musst du. Das ist halt kein Eingang, wo du jetzt bist. Das ist kein Eingang. Geh zurück auf die Hauptstraße. Jetzt links dann. Und da folgt der Straße dann nochmal ein Stück. Hat so viel Action. Man muss halt nur das Reden hinter sich bringen. Und jetzt dann links. Und das mit dem zu schwer für Alex war nur Spaß. Was? Nein, ich habe gesagt, das Spiel ist zu schwer für dich. Und Flo... ...hat so eine innige Liebe zu dir, dass er sich gleich verteidigt. Genau Flo, das beschäftige ich auch. Eckstein, Eckstein. Warte, jetzt bin ich noch nicht im... Nein, oder? Okay, drehe ab, Norbert. Nein, danke Leute. Danke fürs Zuschauen. Das bin ich. Und das war ich. Tschau. 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 Tschau.